Mitten in der City führt sie eine heimelige Privatstraße direkt in ihre exklusive 74 Quadratmeter Maisonette Wohnung. Auf drei Ebenen mit zwei separaten Eingängen offenbart die neckisch verschachtelte Wohnung immer neue Ecken und charmante Details. Eine optimale Raumausnutzung lässt wohnen und Arbeiten ineinander übergehen. Frische Farben und klassische Töne sowie große Fenster schaffen ihre Oase im Großstadtjongel. Eine große und komfortabel ausgestattete Küche bietet Anreiz zum Kochen, Schlemmen und Beisammensein. Das fußläufig zu erreichen der Lützowufer sowie der Tiergartenpark versprechen eine ideale Entspannungsperspektive als Alternative zu ihrem Balkon mit Ausblick auf den Innenhof. Dies ist ihre ganz persönliche Kombination aus Natur und Moderne.